Jo Leute, und ja, willkommen zu einer weiteren Facecam-Aufnahme. Und zwar diesmal ein bisschen was Besonderes, und zwar Counter-Strike Source. Wenn wir mal ein bisschen 101 spielen und vielleicht nachher ein bisschen auf den Public gehen. Einfach aus Spaß an der Freude und weil es natürlich einfach ein geniales LAN-Spiel ist. Guck dir ja mal auf mein Bildschirm. Nee, ich hab nur zu dir rübergeguckt. Und ich mehr oder weniger einfach nur eine Bestätigung meiner Aussage gebeten. Ich sag einfach ja. Ja, ich hab einfach nur gesagt, es ist einfach ein geiles LAN-Spiel. Wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht so gut. Aber einfach, weil wir Spaß dann haben. Und ich weiß ja nicht, vielleicht gefällt euch diese Facecam-Aufnahme auch. Nooo. Ja. Ja, ich bin nicht gerade der Beste. Ja, ich hab halt ein paar PCVs gespielt bisher und auch nicht viel mehr. Meine ganzen Spielstunden kommen eigentlich nur vom Editen. Ich hab irgendwie ingame 100 Stunden während des Edens verbracht oder so. Machen wir hier mit Zwetschitzung. Ja, mach mal. Zieht euch mal wieder an. Ja, richtig. So, okay. Ach, mit Schwachsinn, was mach ich denn? So, jetzt essen wir hier. Zweite Runde, nix großes kaufen. Standard. Boah, Juni, Juni, Juni. Ach, du schweiß ja, du hast ja schon ein Maschinengewehr. Ja, warum hast du nichts gekauft? Hättest du doch irgendwann. Ja, ich war. Na gut, dann spar mal auf die A-Ber wahrscheinlich. Ach, du willst ja nur wieder sowas liefern, nur dann kannst du screenen. Ach, die Entfernung ist das inlos. Oh, Juni, 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 Juni. Oh, ich bin so schlecht. Wenn ich die Gammelwaffe, ob ich damit reißen kann. Ja, super. Ich meine Meinung, ich hab kein Geld, aber null. Dann musst du als offensiv gehen. Oder Lackschott landen. Ja, ist alles aufs Display zurückzuführen. Ach ja, genau. Wir können das gerne wiederholen. Nee, nee. Dann leg mal das Böhmchen. Nee, nee. Nicht? Nee, nee, ich klicke ein. Spaß. Ich hab den Timer gar nicht gestaut. Na ja, gut, wird's in längerer Folge. Tschüss, wahrscheinlich irgendwo. Noll. Ich hab grad's. Ich bin viermal rumherumgelaufen, viermal im Kreis. Ja, GG. Also gefühlte viermal, ich weiß nicht, war bestimmt weniger. So, dann wird das lustig, ne? Ja. Ich bin bester aus meinem Team. Oh. GG. Nein. Boah, Junge, Junge, was für ne Reaktion. Pulser 490, ne? 490. Ja. Mhm, okay. Oder auf 320, oder was auch immer, was geht am, was geht am schnellsten. Oh, fuck, ich kann nix sehen. Ich denk die ganze Zeit, ich lauf zurück, aber ich hab das Ding gar nicht. Nein. Ja, das Flash ist einfach zu OP. Okay. Na, naja, 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 naja. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Nein! Warum will ich nicht in Galatisch Haus, wenn ich zwischen die Fliegen kommen sehe? Tja. Ja, man. Gemeinde. Ja. Kann man hier, das, ich. Ich. Mal los. Aber das mit der Aufnahme läuft irgendwie besser, als ich gedacht hab, irgendwie damals mit Fraps, als man, als ich dann aufgenommen hab, da ist es irgendwie, hier, naja, das verstarbt, man, das verstarbt. Oh, fuck. Oh, ich. Camper, Camper. Ja, nö, ich hab nur auf B gestanden. Ja, ich, man merkt doch schon, dass ich einer der extra harten Spieler hier bin, ne? Ja. Ich bin ja richtig der harte, der harten. Ja. Ja, ja, nur die harten kommen in den Garten. Die Sparten. Jetzt bin ich doppelt geblendet, von meiner und von deiner. Es hat ja doch, ja, wieso kann ich es für zwei haben? Ja, das geht jetzt bestimmt andersrum, ne? Ach, nimm dir FACE. Aber warum du dir nie die AWO holst? Ich? Nee, ich bin nicht so der. Ich bin hier eher, ne? Aber warum kannst du das? Oh, Leute, man kann zwei Granaten. Ja, man kann zwei, vielleicht kann man mitnehmen. Aber nur eine Granate, ne? Ja, nur eine hat eh. Das hat mir, dein Fail Aim hat mir ein bisschen Zeit gegeben. Mit der Granate, ich hätte da... Aber dass du auch immer B gehst. Das macht die Sache aber interessant. Das ist halt immer dieser Camper-Spot. Mal gucken. Das ist wirklich riesig zu sein. Hier ist der Knickle. All die Rosenklinge. Alter. Fuck. Ja, wo warst du denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war auf der anderen Seite. Ach du Gott, du bist wieder... Ich bin weggelaufen. Ja toll, das hat dich wieder gebracht. Ich wusste, wo du Mom bist. Oh geil, jetzt kommt der Shit wieder. LOL. Du warst im Nachladen, ne? Ne, ich bin einfach irgendwie rausgegangen und du hast irgendwie halb durch die Wand gedacht. Ne, du warst offensichtlich meine ich. Okay. 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 Und krass ist aber immer noch der Pistler, den ich dir ja gestern mal gegeben habe. Ja. Ja. Sehr wahr. Black hoch 2000. Ja, natürlich. Aber du hast mir auch sowas krasses gegeben. Ja. Jetzt ist das ein Suchen und gesucht werden. Würde dich ändern, wenn du die Bombe legen würdest. Ja. 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 Ich kann das irgendwie nicht. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Gott so dummisch aber. Ach ja. Schön. Du sagst Hi, ich sag Google. Ah meine Güte. Herrlich. Der war ganz gut. Okay. Los geht's. Guck ihn hier. Den Lackshot. Komm. Guck ihn hier. Ich hätte dir in den Fuß geschossen. Ja. Okay. Los geht's. Du gehst jetzt bestimmt andersrum. Das wette ich. Ja. Wette du mal. Drei. Zwei. 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 Ich hab aber aufgedrückt. Was ist das für ein Scheiß? Tja. Wir können auch gern mal Teams wechseln. Nee nee. Wir sind sicher. All job. Nee. Doch nicht. Komm, schieß nochmal drauf. Weiß ich immer direkt... Nein, nicht. Schall. Sechs Kills war es echt zu nahe. Ne, ich habe halt durch die zwei Fuses, glaube ich, waren es zwei, ja. Habe ich halt jeweils drei Kills bekommen. Oh, du Schwarten, ne? Oh, direkt noch eine! Will ja mich flaxen hier! Wow! Hm? Ich habe gerade abgedrückt, ich habe vor dir abgedrückt. Tja. Ja, dead lag. Ich habe kein Geld mehr. Oh. Ich kann dir ja was spenden. Ne, danke. So arm bin ich jetzt nicht. Aber die A bekostet halt, ne? No scope, no scope! No scope, what's that? So ein Lacker. Aus der Hüfte Errungenschaft. Ja. Ich habe einfach geschossen. Wie ein Battery. Wie ein Lacker. What the fuck? 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 Komm direkt, da kommt bestimmt noch einer. Ne? What the fuck? Oh! Ich treu, ich denke du bist links am Auto. Sie sagt, zweite Granate oder was auch immer das war, ne? Ja. Ja, das war irritierend, ne? Weil ich dann dachte ich, du kommst von der anderen Seite. Du bist direkt auch so rum gegangen, weil er erst mal ich mich umgedreht habe. Ja. Oh, schulde Nate. Fuck! Ja, okay. Ja, okay. Gerade durchgeschossen. Ich finde, du hast halt 100% des gegnerischen Teams getötet. Hm, schon wieder. Ja. Bei zwei Leuten. Gut, jetzt habe ich dein Geld mehr. Die Frage ist jetzt wieder, wo du läufst du lang? Na, na, na. Ähm. Wahrscheinlich kommt man zu ganz, ganz mies von hinten irgendwo. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja. Da ist kein von dir überhaupt. da noch eine starke stein mit dem entgegnen muss sein und ich schütze meine frische Stücke und es geht überhaupt einsteckend nicht vorbei 3, 2, 1, da geht er nicht vorbei, 3, 2, 1, da geht er nicht vorbei, also. Lord, du bist so ein Spaten, ne? Was? Flash? Ja, du hast mich voll getroffen. Die Granate kam auf mich zugefunden, du hast mich mit, ich habe Schaden von dieser Handgranate. Es gibt eine Serie von Enigma, die Enigma, weißt du? Flashbang can kill. Es geht wirklich, du kannst einen Headshot mit der Flash geben. Ja, das habe ich gemerkt gerade, also es war kein Headshot, aber das Ding hat mich getroffen. Und dann hat mein Typ ein Schädeltrauma erlangt. Schädel-Hintrauma. Hi. Warum sehe ich nichts? Du bist ein Spatel, ne? Ich kann ja nur reinrotzen. Komm, jetzt. Komm ich raus und gib dir. Schade. T-Bag, T-Bag. Komm schnell, schnell, die Waffe. Ich habe deine Waffe. Wie sonst, ey. Ah, scheiße, das ist halt von allem. Na ja, gut. Ja, das habe ich eben auch ein paar Mal gemacht, deswegen war mein Geldplatz, das ist ja schnell der. Wer hat denn eine Rauchgranate da heilt? Mit was ich zur Hölle schießt? Ah, lol. Lol, was? Ich habe dich gerade gekillt, lol. Was zur Hölle? Mit was hast du gerade geschossen? Ja, mit einem Film. Hat sich irgendwer wie eine Dose, wie so eine Dose, die du gerade wirst. Oh. Das ist ja. Und dann geht's. In der Wasser. war Vielleicht hab ich dich getroffen, ne? Ja, die Kugel geht doch durch 10 Meter Glück. 10 Meter dickes, komm, die machen wir noch. Ja. Oh, wow, wow, bitte nicht. Nein! Oh, fuck, fuck. Komm, komm, bitte, bitte, Piste. Nein! Und somit würde ich mal sagen, erster Part vom 101. Vielleicht machen wir noch einen zweiten. Ich hatte dich besser, ne? Sollen wir noch einen zweiten Part machen, dann irgendwo auf dem Publikum gammeln? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Vielleicht hat es sich ja auch Spaß gemacht, so wie uns. Weil CCS ist einfach bestes Laden, wenn wir mal irgendwas zu zweit machen wollen oder so. Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.